hallo und herzlich willkommen zur neuen folge mittel erscheint des krieges ja die letzte folge war ja echt story wendend wir wurden von keller bringboa verraten er hat jetzt saurons platz ergattert und wir sind aus dem reich der toten zurückkehrt und haben uns saurons ring angeeignet und jetzt sind wir als dunkler waldläufe unterwegs uns weg zu bannen um den neuen sauron bis zu stürzen mal schauen was jetzt hier noch was genau kommt ich habe keine ahnung es sieht verdammt cool aus ich bin gespannt wie das jetzt sich entwickeln wird so da geht es los was ist das cool ich habe keine drei ich habe keine drei du wirst einer der bonsern sein Ich bin ein B. Okay. 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 Ah, okay, hier geht das. Der Nasko ist weg. Und schon. Ähm, keine Ahnung genau. Okay, wir haben jetzt einen ganz anderen Geist jetzt. Eher einen grünlichen Geist von mir jetzt. Ähm. Gut. Okay, ist das ein? Wow, sieht so krass aus irgendwie. Oh, wir können alle übergetötet haben, wieder zum Leben weg. Ist aber auch krass, ne? Okay, wir haben so Necromandenfähigkeiten jetzt. Okay. Okay. Jupp. Der ist tot. Garantier, aber. Hallo? Okay, den haben wir auch. Wieder ein Nasko. Cool. Okay. Ausweichen. Den haben wir. Lustig. Obwohl wir nicht mehr den Herrn... 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 Herrscher. Können wir trotzdem noch die Naskos... Betreiben. Oh, ich räume ein bisschen mal auf hier. So. Wir müssen doch nicht Zwerg . Wir müssen hier zu reach sucken rein. Woh... Okay, auf zum nächsten Punkt. Meine Güte. Moment, ich habe gerade kurz... Moment, ich muss hier ganz kurz was einstellen. Ich habe hier nebenbei noch die Überwachung von meinen kleinen Lauf und so. Der Monitor hat sich automatisch abgestrahlt, leider zu früh. So, ich denke... Okay. Okay. Ich habe hier mit dem Licht. Mit er. Jetzt habe ich schon lange gewinnt. Der Junk. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So. So. Dann gehen wir da hoch. Wie ich möglichst schnell auf Punkt C kommen. Und dann nach oben. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin gerade wie recht jemand hier oben kommt. Wenn wir diese Vorräte stehlen können, müssen sie uns befördern. Was mich erstaunt, dass hier nirgends irgendwelche Hau-Männer im Weg sind. Ich kann ja eigentlich durchrennen, ohne welche Gegenwehr. Oh, wie viel sind denn da an dem Punkt? Ach so kacke ey. Okay, sehr gut. Gut, schauen, jetzt abrieren. Okay, ich habe gerade gedrückt, ich habe nicht gedacht, dass es uns denn geht. Okay, wir sind alleine unterwegs. Alleine wieder. So, unser letzter Punkt. Ich bin gespannt. Oh, schauen. Ich bin gespannt. Okay. 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 Ich habe ich. Sehr gut. Ich habe es was wundern, weil ich jetzt auf Armee gehe. Sind die Nascos? Ne, sie sind noch da. Okay. Ich dachte vielleicht sind die jetzt schon dezimiert, weil wir sie hier im Kampf erledigen. Okay. 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 Der Typ ist weg. Okay. Ich muss ein bisschen mehr drin bleiben. Hier oben und so. Und so. Okay, ausweichen. Okay, jetzt. Jetzt. So. Aber es. Reichen die Oberstadt. Da bin ich gespannt. Jetzt kann ich jetzt auch durchlaufen. Dann komme ich da jetzt durch irgendwie. Tatsächlich. Jetzt komme ich auch durch. Okay. Ich schaue mich jetzt, wie der Endkampf zustande kommt. Und kämpfen wir gegen sie mit Kero Kim, äh, Kero Bingo's Geist, oder? Hm. Ich bin echt gespannt gerade. Ich habe keine Ahnung, was ich erwarte jetzt. Falantir, okay. Oh, die Nazgûr sind immer noch hier. Huch, Hexenkönig? Oh Gott, das wird grausam. Oh, not all. Was, I? Ähm, wie? Oh, nee. Oh, nee, 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 nee! Ach, Kass, ey! Oh, Kass! Okay, und die klebe ich instant. Leer Taster. Verdammt. Leer Taster. Ah, ich sehe nichts mehr. Wow, Kuss. Drei, Drei. Es ist E. Oh, Kuss. Okay, ich gehe, ich gehe. Warte, was ich richtig sehe. Eins. Zwei. Drei. Du wirst seinen Platz einsehen. Aha. Du kämpfst und kämpfst. Wir stich mit aller Wahr. Deine Zeit ist die Klotschung. Geflogen. Noch mehr, okay. Okay. Space, space, space. Okay. Eins, zwei, drei. Eins. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Oh nein. Schade, das ist nicht. Zwei. Zwei. Oh nein. Schade, das ist nicht. Eins. Oh nein. Das ist ein bisschen schwieriger jetzt. So wie eins. Zwei. Und jetzt, glaube ich, ist gut. Noch einmal. Verdammt. Aber ich hoffe nicht. Du bist auch du. Habe ich noch eine Chance? Ja. Ausweichen, ausweichen. 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 Oh nein. Ausweichen. Ausweichen. Boah, ich kann nur das steig. Ausweichen. Boah, ich kann nur das steig. Ich bin das Nichts. Ich bin die Dunkelheit. Boah! Du kannst nicht in dich hineinsehen. Von meiner Seele bleibt nichts übrig. Dann verbanne ich dich. Minas Mordbun ist mein. Die Dunkelheit. Du kannst nicht in dich. Da ist doch nicht im Moment. Boah! Die Dunkelheit. Ok Ich bin vor dem Turm 2 angezeigt Bisschen wir es da hinbringen oder was bedeutet das jetzt? Hm Herugenschaft, der Stoff aus dem Legenden sind Von nun an dienst du dem hellen Herrscher Ob im Körper von Elb oder Mensch Du bleibst doch derselbe Celebrimbor Ok Wir machen jetzt wieder einen Cliffhanger Ob wir Sauen besiegen Werden wir erst in der nächsten Folge sehen Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal und Tschüss Vielen Dank fürs Zusehen Die heutige Folge ist leider zu Ende Aber es geht weiter mit einem Abo Verpasst hier keine weitere Folge Bis zum nächsten Mal tschüss